Mein Name ist Christiane Feig vom Roten Ochsen. Momentan bieten wir unseren Gästen frisch zugereitete Speisen im Glas an, die man zuhause mit wenigen Handgriffen zubereiten kann, wie zum Beispiel Linsen mit Spätzle oder Geißbörder Masch. Und dazu gibt es unsere Rot-Ochsen-Biere frisch verfasst, die man in einer großen Bügelschlussflasche mitnehmen kann. Und ich hoffe, dass wir uns ganz bald wieder hier im Roten Ochsen sehen können und wir bald wieder öffnen dürfen.